In diesem Video werden wir einfach ein richtig krasses Game Team of School spielen. Wir haben hier absolut krassen Rider und es wird auf jeden Fall sehr spannend. Aber wir müssen natürlich nochmal entscheiden, welches Team zu welchem gehört. Das bedeutet Scherestein Papier. Ich würde sagen, Ben, Marcel, ihr beide macht auf jeden Fall Scherestein Papier. Der Gewinner ist bei mir im Team. Scherestein Papier. Oh, Ben, du bist bei mir. Perfekt. Marcel ist bei Lennar. Auf jeden Fall checkt natürlich die ganze Zeit beide ab und in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, Scherestein Papier zwischen uns beiden nochmal aus dem Team. Wer auf jeden Fall anfängt, Leute, checkt auf jeden Fall den ersten Link in der Videobeschreibung ab für die Online-Kurse. Und natürlich von den Armbändern im kira-shop.de Team. Lennart hat sogar gerade eins um. Das sieht sehr, sehr fresh aus, man. Sehr nice. Also ich würde sagen, Scherestein Papier. Lennart, wir beide einfach mal. Obst du im Team? Der Gewinner darf anfangen und wir machen die Regeln ganz einfach. Insgesamt hat jeder Rider einen Try, den Trick nachzumachen. Es sei denn, eine Person kann das nicht und dann hat die andere Person zwei Tries. Es gibt ein kleines Problem. Ton ist nicht da. Ihr habt wahrscheinlich schon mitbekommen, dass das Video so verdammt kurz ist. Aber am Ende ist der Ton wieder am Start. Also sorry dafür, dass es wirklich kein Ton war mitten im Video. Aber ich würde sagen, wir machen trotzdem weiter mit dem Video. Also let's go. Junge los ARD Text im Auftrag des ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.